Ja, hallo Freunde, willkommen zurück zu Far Cry 4. Ich bin euer FIROBU und wir haben uns ja extra hier an dieses Stage ran gelaufen hier. Schau mal, können wir hier niemanden sehen? Ne, können wir nicht. Da kann man doch niemanden sehen, interessant. Achso, das ist offen da, okay, alles klar. Oh, da ist noch einer. Da kann man auch noch welche markieren, alles klar, alles klar. So, einfach nochmal zu Sniper. Den schalten wir aus. Den schalten wir aus. Der Alarm ist schon mal schrutt. Ja, so viel zu, ihr Schlagsalarmen. Ja, haben wir unseren 18. Außenposten errungen. Das ging doch schnell mit der Sniper und so. Alles klar. Oh, hätte ich erst mal früher gewusst, was mit der Sniper so einfach ist. Jawohl, wir haben endlich hier einen Auftrag mit den Tieren. Das ist geil. Okay, hier muss irgendwo noch ein Plakat sein. Da. Zack, wir können einfach mal wissen. Ja, überfahrt euch alle gegenseitig. Ist natürlich sehr schlau. So, äh. Okay. Ich wollte zwar nicht hier hoch, aber okay. Ich will mich ernst, wie der Typ hier habt. Hallo. Ich begrüße Sie. Paul Panzer mein Name. Ja, ja, ja. Namaste. Hier, namaste. Da. Tralala. So, hier haben wir noch was zum Looten. Und, was ist hier da? Ja, da war einer. Da war der. Zack, zack, zack. Alles mir. Ich hol mir mal eine Spritze rein. Und dann gehen wir mal hier rein. So, jetzt, äh. Okay, hier ist nichts zum Looten. Dann verkaufen wir erstmal die Ware. Jawohl, das will ich. So, äh. Ich habe schon eine Spritze. Und das. Und das. War es dann erstmal. Was ich hier mitmachen will, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann ich die Verbrauchung gebraucht habe und wann nicht. Naja, naja, mal schauen, ne. Okay, wir machen jetzt auf jeden Fall noch schnell. Das Ding hier, äh, ist ja noch irgendwo in der Kiste. Ah, ich scheint hier oben zu sein. Wo liegt das hier so abgelegen, frage ich mich gerade. So, wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Zack, und jawohl, die Mission will ich hier starten. Ja. Mr. Chafon, ich habe dein neuestes Design. Aber, Leopardenmuster? Sei nicht langweilig, Ajay. Das ist keine Hausfrauenmode zum Selberstricken. Ich bin Künstler. Was meinst du, wer den Look der Royal Army kreiert hat? Glaubst du, Pagan kauft seine exquisiten Anzüge von der Stange? Sein ganzes E-Mail-Verhörd auf meinem Talent. Silhouette, Proportionen und Passformen auszubalancieren. Und was war mein Dank? Ein Todesurteil. Okay, da ein Gegner. Weil er den Gedanken nicht ertragen konnte, dass seine Kleidung nicht einzigartig ist. Nun muss mir vertrauen, wenn ich sage, Mode passiert nicht einfach so. Und Leopard ist genau die richtige Wahl für dich. Ups, wir müssen mal so ein Sturmgewehr tragen. Hallo, Sturmgewehr? Ah, wir müssen weiter nach oben. Okay. So, da müssen wir hoch. Okay. What the fuck? Ja, ich will das seltene Tier legen, wenn ich da mal dazu komme. Also ich werde gar nicht von anderen Tieren aufgehalten dazu. So. Rote Pflanzen haben, glaube ich, genug. Zack. Oh man, ich will nicht wissen, wie viele... Da ist ja auch ein Geseltenes-Tiger heute da hinten ins Vom-Zomben irgendwo, wo es mehrere gibt. So, ich glaube, ich habe mal eine Jagd-Spritze. Rein. Da haben wir schon einen. Autsch. Auf jeden Fall können wir eine Versace-Mission dann super eigentlich dieser Alter hier kriegen. Weil es sogar Schnee-Leopard. Krass. Okay, da haben wir noch einen. Da haben wir hier noch mal einen. Da haben wir auf jeden Fall einen. Das Ding lebt auch noch. Oh, Mensch. Jut, jut, dann nicht. Hab verstanden. Ach, ich will den da nicht. Ich will den hoch. Ich will nicht, das billige Sturmgewehr haben. Ich will mal ein gutes behalten. Ja, na, Arschloch. Geht doch. Oh man, was für ein Akt wird das hier wohl werden. Aber egal, das gibt auch nicht Kohle wieder. So, ich will schon mal eine Spritze rein. Kann man die eigentlich looten? Aber die kann man auch looten. Zack, und ab nach oben mit mir. Zack. Genau, lauf weg von mir. Das finde ich gut. Zuerst finde ich nicht gut, wenn da gar nicht zwei Tiger auf mich angreifen. Das finde ich dann wiederum scheiße. Aber egal. Okay, der bleibt liegen. Der kommt hoch, hoffentlich. Kurz, 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 kurz. Ja, ich will das Tier halten. Wahrscheinlich kommt der... Ne, der bleibt da. Okay. Ich kann ja trotzdem mal hier in die Höhle reingehen. Schauen wir, was hier so drin ist. Da höre ich ihn schon. Knorren, da ist er doch. Jetzt habe ich noch markiert. Okay, er läuft weg. Wo läuft er denn hin, ey? Vor allem, wie schnell ist das Vieh? Hallo? Ich hier jetzt einfach abhaut, oder wie? Ernsthaft? Ja, so kannst du mein Ding immer laufen. Jetzt hat er mich, oder? Die fressen immer natürlich sehr viele Kugeln. Na, komm her. Jawohl, erledigt. War zwar ein bisschen umständlicher und so, aber egal. Passt. Juhu. Das haben wir ja nicht geschafft. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind hier. Wir können eigentlich den Paraglider vielleicht benutzen, ja. Hier, wir machen dann auch eben die Herstellung, weil wir können jetzt schon was herstellen. Was haben wir denn hier? Munitionsbeutel. Alles klar. Können wir die Munition tragen. Das ist auch was Schönes. Und wir kriegen noch Bonus, äh, Geld. Auch gut. So, dann nehmen wir jetzt mal hier den Drachen. Und machen auch noch eben das andere Lager. Ich weiß, jetzt überziehe ich die Folge vielleicht noch ein bisschen, oder was soll's. Ist mir gerade sehr egal. Ich hoffe, jetzt, wenn jetzt wieder Angriff kommt, äh, müsste ich es vergessen. Na, jetzt benutze ich mal meinen Wingsuit. Ich hoffe, nur der Teil fällt mir jetzt nicht auf den Kopf, oder so. Bei allem mit dem Wingsuit kann ich dann auch meinen, äh, Dingsums benutzen. Meinen, äh, Fallschirm. Na, ganz ehrlich, die sind ja nicht weit weg. Okay, das mit dem Schatten sieht jetzt mega scheiße aus. Die Dinger sind ja nicht wirklich weit auseinander, oder so. Aber durch die Berge und so weiter. Das ist echt richtig krass, ey. Um eigentlich Zeit. So. Und. Hoppala. Ja, weiter geht's. Ab durch die Püri. Jawohl, ich glaube, ich mach doch an der Stelle jetzt nochmal einen Cut, und so, oder? Schauen wir mal, haben wir noch hier irgendwas zu tun, sonst? Eigentlich nicht, na, okay, mach ich die eben jetzt noch. Okay. Oh. Wir werden gesehen. Fast. Hab ich gar nicht mitbekommen. Okay, da sind's. Oh, hier ist ja noch ein Schuss unten. Okay, das haben sie Verstärkung gerufen. Was soll's. Ups. Wir kommen von Söden. Na, okay, dann so. Dann alles so, lauf in mich rein, genau. Oh. Macht er mit dem bösen MG an. Ja, lauf in mir in die Arme. Okay, der versucht immer noch auf mich zu schießen. Äh, ich mach mal hier den Alarm kaputt. Erst damit. Hoppala. Jetzt hab ich mich selber mehr getötet. ! Ah! Nein, ich mach mal hier den Alarm kaputt. Oh! Ernsthaft? Sagst du's. Wir kommen von Söden! Ach! Jo! Okay. 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 Okay, da sind noch welche Bumm, geht doch, wir haben es geschafft Gut, damit haben wir die Folge geschafft Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Haut rein, ciao